so und mein video geht auch los denn wir streamen zusammen mit dem lichtle und wir haben eine challenge vor ja ich sehe es gerade ich sehe es gerade no levels also ich gucke gerade mir kam auch gerade eine fehlermeldung und jetzt ist erstmal ja doch herz willkommen leute zum nächsten clash of clans beziehungsweise agaristream heute mal wieder mit zwei spacken wir machen heute eine challenge und zwar eine loot challenge zu dritt die ziemlich interessant wird sehr sehr interessant auf jeden fall ja sehr interessant auf jeden fall ich erkläre gleich die regeln des weiteren gibt es heute mal wieder ein paar fragen beantworte runden wir beantworten einfach ein paar fragen und ja gut warum ist die loot challenge so interessant soll ich erklären du kannst du kannst du kannst gerne klären ja auf jeden fall leute haben wir uns überlegt da wir alle drei ja unterschiedliche tauner level sind zumindest auf also wir haben verschiedene accounts die unterschiedliche tauner level sind lichtle ist ja auch schon tauner 11 genauso wie ich auf jeden fall haben wir uns überlegt dass wir jetzt einfach mal schauen mit welchem rathaus man momentan so am meisten loot bekommt ich weiß nicht wollen wir alle auf eine liga runter pushen ja genau ich bin ich bin gerade ich bin gerade meister 3 ja da also leute noch mal ganz schnell vereinfacht gesagt ich bin rados 5 gut so weiß rados 9 und moritz ist rados 11 und wir schauen heute wer von uns drei innerhalb einer halben stunde am meisten loot bekommt ich habe vielleicht das problem dass über die zeit mein lager voll wird wir machen so dass wir uns am anfangen die werte aufschreiben die wir im lager haben und statt was am ende dabei rauskommt das ist dann das ergebnis da schauen wir dann wie wir das ganze machen ganz genau so sieht es aus nebenbei schere ich mal den stream ich bin mal das heißt das heißt wir machen es jetzt so wir gehen nicht alle auf eine liga nein 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 ich glaube das wäre das wird so viel zeit dass das ja genau richtig ich bin jetzt im bronzer das dauert sicher 15 minuten oder so runter zu pushen das lohnt sich nicht also ich mal jeder ist in der liga in der er gut farmen kann und das passt ja gut warum ist jetzt anders aber ja ja das passt ja okay gut wer macht den timer alterlich das ist mir egal kein kursor keine ahnung kann ich machen ist kein thema kein thema was cool wird auf jeden fall ist nachher halbe stunde 30 minuten und ich schreibe ganz schnell die werte auf dich jetzt genau genau so sagen wir man darf in der zeit nicht die min und sammler absammeln weil das ist der unterschied ist so gerade das ist aber auch ja ja das stimmt aber ich vergesse das garantiert aber ja okay ja ich probiere mich dran zu halten ja ja so also ich habe zwei 50 167 habe ich jetzt gut ich bin bereit ich habe noch kein dunkles elixir das heißt das fällt flach zauber ich wusste erst mal alles wir haben ja genug zeit hier beim boost eine ganze stunde gruppen zauber spruchfabrik wäre natürlich auch nicht schlecht wenn ich noch wusste ich habe noch keine also ich musste auch auf jeden fall alles also klar ich habe natürlich ich muss dazu sagen ich habe die queen nicht schade aber so ist es halt und gar keine helden ja läuft bei mir läuft so richtig so gut wie kostet die normale zauber spruchfabrik zu buchten ach nur fünf jaja weil es ja mittlerweile nur noch eine stunde ist und das ist mega geil aber ja das ist echt ganz nice was was hol ich mir da einfach blitz zauber einfach komplett voll oder jetzt würde ich sagen fangen wir an geht's los auf die plätze fertig top die warte quillt die warte quillt alles klar okay los geht los geht es erstmal warten dass meine truppen fertig sind da holt einer aber ich werde garantiert nicht den schatten die acht gems für die paar bogenschüssen kannst du definitiv ausgehen nein ich habe null gems nach pukki ich habe schon bäume entfernt ist darüber wird sich pukki nicht freuen da fragt sich jemand wann machen die immer agario agario kommt immer ja nach clash of clans das heißt ab 20 uhr immer eine stunde clash und dann eine stunde agario es geht perfekt aus wenn die challenge aus ist haben wir dann noch mal eine halbe stunde genau und dann da kommt es kommt wieder nichts alter und ich muss hier ja ich bin halt einfach mal bei zweiter oh ja netz wahrscheinlich holt sich den ersten 300k gegner ja oh ich sehe das erste mal den den neuen weihnachtsbaum und er sieht richtig geil aus ja manche leute sagen das irgendwie hässlich ich persönlich finde den richtig der sieht richtig episch aus ist er so richtig bei der ist ja richtig bei der ist der ist richtig gta 5 alter hallo was zum teufel ja der erstmal richtig op der macht doch so viel schaden gell natürlich ja genau da mit seinem kleinen splash stick alter ja aber also ich glaube ich finde definitiv glaube ich keine inaktiven basen wisst ihr was wisst ihr was es könnte dadurch dass wir zusammen zählen ist es richtig daneben wenn man richtig mit den mit den lx zaubern also mit den spells halt richtig einfach unnütz rum droppt da kannst du mich richtig genau richtig da kannst du halt richtig daneben liegen ja stimmt schon ich habe gerade schon den ersten angriff gemacht war ganz okay für euch ist es halt so gar nichts ja aber wir finden halt aber ich sag dir ich könnte mir sogar vorstellen dass du gewinnst weil wir finden hier oben ja nichts nein mit rados 9 moritz rados 9 ist die nein nicht im meister 3 nicht im meister 3 richtig ganz genau so sieht es nämlich klaus vor allem jetzt nach dem update wo jeder sein rathaus drin hat also in meister 3 da sind wo da sind mittlerweile wirklich gar keine inaktiven basen mehr glaube ich also da inaktiv ist da habt da hat moritz vollkommen recht inaktiv ist hier gar nichts verabschiedet ja okay okay also ich hau hier schon mal jemmi noch mal ein paar barbaren wobei ich mich echt fragt wie willst du wie willst du weil ich krieg nur total max auto total 10a total 11 das geht das geht das ist in ordnung aber und jetzt habe ich die ersten die ersten mauerbrecher hier mal gucken was ich jetzt die ersten mauerbrecher sehr schön kann ich damit schon angreifen nee ich muss ich muss wirklich warten ich wollte gerade schon sagen auch kaufe ich jetzt schon eine mauer ich glaube das wäre ein bisschen sehr dekadent und das werde ich wohl nicht machen 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 kauf gar nichts nein wäre unkleber weil dann würde ich die challenge verlieren fragt jemand was ist mit dem einen gem boost ja schon wieder so komisch von supercell gemacht dass jetzt irgendwie zwei updates hintereinander gibt das heißt in den nächsten tagen gibt es dann den einen gem boost der kommt noch nicht gleich ich weiß nicht in letzter zeit sind die irgendwie ein bisschen komisch unterwegs auch so von den updates bei rados 11 haben sie jetzt so komische änderungen gemacht irgendwie keiner gut fand und jetzt haben sie schon wieder so ein komisches ding dass zwei updates drei updates hintereinander kommen verstehe ich irgendwie nicht ganz aber gut ich habe einen gegner gefunden läuft bei dir junge läuft bei dir die hose runter also es läuft die hose runter ja ich habe einfach mal versehentlich eine truppe gesetzt bei einem gegner den du gar nicht angreifen kannst wie sie erscheinen ganz gut zu laufen von den ressourcen hast du jetzt schon angriff gemacht ja ich bin mit dem dritten angriff wie viel hast du gekennert na nicht so wie gesagt er wird uns komplett zerstören ich bin mir sicher dass er jetzt schon mal sicher eine million gemacht hat richtig genau nein doch klar nein 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 wirklich nicht nein ja 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 was hast du bis jetzt gemacht knapp 200k gold und 30k lx ja ich habe halt einfach mal noch gar nichts weil deine truppen noch nicht fertig sind er bildet einfach er bildet einfach ohne golem aus genau genau und ohne helden ist ein bisschen scheiße gegen max out town als 10 ja das stimmt allerdings ja dann bildet irgendwas stärkeres aus und macht ein paar krasse angriffe durch den bonus und dann noch mal da kriegst du sicher 400.000 von beiden wenn du guten angriff machst nach 400.000 von beiden da musst du echt glück haben ganz ehrlich nein nein auf rados 11 nicht nein auf rados 11 ist jeder zweite gegner 400.000 von beidem in welcher liga in jeder liga okay so krass ja ja die haben ja diesen prozentuellen loot hochgesetzt und dadurch geht es so vom normalen loot wenn du richtige angriffe machst einfach komplett ab also sicher noch mal 20 prozent besser als früher weil es halt jetzt auch keine inaktiven gegner finden mehr gibt ist es eigentlich auch nur fair ne ja also auf rados 11 gibt es so gut wie gar nichts mehr von inaktiven das ist halt so ein bisschen das problem aber ich merke auch das wird so nicht nicht so mehr eine challenge sondern es wird eher ein talk weil hier wirklich man ist halt echt so man hat die zeit halt also ich bin ja klar wir reden über themen falls jemand fragen hat falls jemand fragen hat ganz einfach in chat schreiben währenddessen können wir ruhig ein bisschen beantworten ich war gerade am überlegen warum mache ich es nicht einfach so gehe ich immer auf die 50 prozent mit dem loot bonus ach so wenn ihr das ich weiß nicht das dürfen wir bestimmt schon mal einfach so ins zimmer rein werfen bzw in den stream der lichtle kommt mich bald besuchen ja ich freue mich ja er freut sich richtig den arsch ab und so hört sich das dann beim lichtle an und dann ja wird er in hamburg sein und dann werden wir auch mal ins kino gehen und dann dürft ihr gerne auch dabei sein und dann so gut so ja ich gehe jetzt ins kino und dann so lichtle so ja kann ich mitkommen nö ich habe gar keinen bock auf das genau nein ich gucke fsk 18 genau aber das wäre cool nach nach den nach weihnachten schauen wir was sich da machen lässt vielleicht kommt auch moritz irgendwie dann machen wir zu dritt vielleicht mal real life videos oder so das wird auf jeden fall richtig geil also dann wird es videotechnisch von mir nicht wirklich viel geben weil das ist halt wirklich so da sieht man dann halt wirklich wieder ja man kann nicht mal sagen real life geht vor weil es ist ja trotzdem irgendwas mit youtube aber da sieht man halt wirklich dass youtube halt irgendwie zu unserem real life geworden ist wie soll man das sagen also man hat halt irgendwo ja freunde durch youtube gefunden ja aber nicht mein gesamtes real life nein aber ich bin dein real life ja 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 doch aber ich weiß schon was du so mein sowieso ich auch ja weiß was ich meine du kriegst in die schule flocks einfach so während dem unterricht jonathan vloggt insider wissen was jetzt los ist ja ja und nur die insider so ich hau hier trotzdem noch mal ein spell raus aber wie gesagt also mit dem spell muss man halt echt vorsichtig sein weil da ja du musst nur vorsichtig sein wenn du dann wieder spells nach also zauber nachkauf richtig aber wenn du es erstmal raus haust aber ich finde das gar nichts ich finde absolut null ja es ist also es ist halt echt heute weil du wir haben ja immer gesagt äh kaum ist man in einem stream oder wie auch immer geht der loot ab und das ist momentan nicht der fall das ist definitiv nicht der fall also ich würde sagen leute ich kaufe mir jetzt einfach die ressourcen dann habe ich automatisch gewonnen lichtle gönner aber selbst aber guck mal das problem das problem ist sind wir mal ehrlich äh lichtle hat grundsätzlich verloren weil er kann die maximale kapazität von seinen lagern ist einfach geringer als nein dann kaufe ich mir einfach was und rechne den kaufpreis dazu ja stimmt aha ja aber ich werde meine lage sowieso nicht voll bekommen so wie es gerade abgeht ne also bei mir ist auch richtig da ist richtig für die tüte auf jeden fall warum schreiben es leute hashtag donjon ach ich weiß wegen gestern erzähl erzähl lass es mich wissen nein nein ich will es eben nicht erzählen das ist die story mit donjon das hast du ja eh mitbekommen ne eben nicht ich stehe doch immer im Wald nein nicht nein ich meine das das von vor 3-4 Monaten habe ich dir erzählt was hat es mit gestern zu tun ne die leute haben mal gefragt wie ich zu donjon stehe ah ok aber das möchte ich nicht erzählen weil das irgendwie nicht auf youtube nein dann ist es auch vollkommen in ordnung ich bin auch der meinung also gewisse sachen also wie gesagt jetzt nochmal ganz kurz für die leute ähm nochmal hashtag spirithawk und zwar äh ist es halt wirklich so ich hab es ja an lichtle auch schon ran getragen und hatten mich dann mit tobi auch ein bisschen unterhalten drüber dass es halt wirklich so eine sache war ähm das ging darum ähm lichtle ist in den klaren spirithawk gekommen und wurde halt kurz angenommen dann wurde hurensohn geschrieben und dann abge also dann wurde er wieder gekickt und das ist halt eine sache die man halt logischerweise falsch verstehen kann ganz klare sache ganz klar und wie gesagt da gibt es gar nichts richtig ja richtig und jetzt aber die sache die durch diese sache halt mit youtube hat sich das halt wieder irgendwo in einer gewissen weise eingeringt dass man halt sagen kann gut ok hey pass auf das war halt gar nicht tobi selber sondern jemand mit einem mit seinem account weil die halt untereinander immer so ein bisschen ja die accounts changen und dann wie gesagt ich hab auch zu tobi gesagt hey sinn und zweck der sache ist nicht unbedingt dass man hand in hand durch die welt rennt und sagt hey juhu we are best friends nein aber dass man halt nicht sagt gut ok der hat irgendwas zu mir geschrieben deswegen mag ich den nicht mehr sondern dass sowas einfach geklärt wird ja das sollte auch privat bleiben auch ich verstehe auch nicht diesen gesamt ich hab dir jetzt erstmal 100 Euro Jams gegönnet oh yeah oh yeah das kommt erstmal directly ins Thumbnail warte warte nochmal nochmal ganz schnell zum Thema ich verstehe auch nicht warum manche youtuber ihren Beef öffentlich austragen ja das finde ich sowas von unnötig es interessiert alle es interessiert alle Moritz nein das ist klickgeil aber es gehört es gehört einfach meiner Meinung nach nicht auf YouTube sondern sollte privat geklärt werden aber natürlich ist das klickgeil alter tu doch gar nicht so ja klar ist das klickgeil das ist die meisten Beef sind letztens gab es auch ich weiß nicht mehr genau zwischen wem oder ist schon eine Weile her da war da Beef doch sogar untereinander abgesprochen um mehr Klicks zu generieren what the fuck ok ja das sind dann die besten das wäre genauso wie wenn ich und Licht jetzt ein Beef machen würden einfach nur um Klicks zu gettern ja ich hasse dich auch Moritz ja jetzt jetzt schreibt gerade einer schreibt gerade wie spielst du auf Chief nee also das ist so geil ich habe das so oft erklärt das ist richtig geil jetzt jetzt mache ich jetzt getter ich richtig Bonus indem ich nee beziehungsweise ich kriege ja nicht mehr viel Lootbonus Liga Bonus weil hä nee mach ich nicht ich wollte nochmal ganz kurz an alle Leute genau wenn ich solche Sneak Peaks Videos hochlade oder irgendein anderer YouTuber die hochlädt dann ist das das Gameplay von Supercell Hashtag Illuminaten das man verwenden darf und das spiel nicht ich selbst ganz genau Hä wie du bist von Supercell Nein aber vollkommen richtig und es ist aber auch gut dass ihr sowas fragt dass ihr einfach nicht zum Beispiel unter einem Video werdet ihr da so schnell nicht eine Antwort zu bekommen aber hier haben wir es gesehen gut okay kann es gleich ausgeräumt werden dieser Fehler beziehungsweise das Missverständnis und fertig ganz genau die Seaxe kommentiert kommentarisch warte sowas mache ich glaube ich ey kann es sein dass es einfach die schlechteste Loot Challenge ever ist ja nach dem Update ja ich habe jetzt insgesamt vielleicht 100.000 gemacht ich auch ja und das ist richtig bad ich finde einfach mal überhaupt nichts oh ist so schlecht Mann das kann doch nicht sein kann doch nicht wenigstens mal eine Maxed Out Town Hall 7 sein der Stream besteht eigentlich nur aus Quatschen aus Gegnersuche ja 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 aber aus schlechter Gegnersuche ne aber ganz ehrlich dann hole ich mir jetzt in den Kobold Level meine Ressourcen easy oh ist er ein Swagger genau wow 4000 von beidem sehr schön also ich hole mir jetzt mal meine Ressourcen im Clankrieg das kannst du gerne machen wenn du jetzt 24 oh ich habe ey ich habe einen AFK Gegner ich habe endlich mal einen AFK Gegner ich glaube es nicht und ich mache gerade meinen ersten Gegner in Kobold Mission du hast nie im Leben ja aber komm Lichter weißt du mich jetzt verarschen Alter du willst mich da verarschen ja gut dann mache ich es nicht passt schon so jetzt Alter ich habe jetzt eigentlich Ferien morgen habe ich nur zwei Stunden richtig Schule was Alter ja ey in der Schule dachte ich früher auch oh wir haben gar keine Ferien wir haben gar keine Ferien und jetzt wenn man ich meine in dem Fall bei mir ist es sogar so ja ich habe ein eigenes Kind sogar mittlerweile die in die Schule geht und da sieht man echt oh die haben nur Ferien die haben nur Ferien übel nein ich stimme aber auch nicht ganz naja komm weil es gibt einen Unterschied zwischen wenig machen aber überhaupt keinen Bock drauf haben und einen Job haben der einem gefällt weil wenn du einen Job hast der dir gefällt dann ist das für dich keine richtige Arbeit und du denkst dir nicht jeden Tag fuck the shit ich will da nicht mehr hin aber wenn du in die Schule gehst und du überhaupt keinen Bock drauf hast dann ist das einfach zehnmal länger als irgendeinen Job der dir gefällt ja klar nee nee das stimmt schon da hast du schon recht das stimmt schon zum Beispiel wenn du keine Ahnung ein Anus Player bist dann ist es das ist mein erster halbwegs guter Rate gewesen das waren ungefähr 300 insgesamt wow wie soll ich das jetzt noch einholen wow 800k Loot Gegner instant haltet eure Fressen Mann ja toll der ist Max der Torner hat zwei Single den schaff ich nicht toll also wirklich schlechteste Loot Challenge ever aber wie gesagt somit kann wenigstens ein bisschen was geklärt werden ich hatte jetzt wenigstens ein bisschen Loot ich glaube ich habe jetzt schon mehr Goldbesuchen ausgegeben als ich bis jetzt ich kenne das ich kenne das das kann doch nicht sein was seit Clash of Clans denn gebaut gemakert gebaut gemakert ja das hat gebaut hat keinen Sinn gemacht ja weil es nichts mit Bauen zu tun hatte hier das das könnte ich ansprechen da fragt jemand was ist mit deinem Minecraft Kanal auf YouTube ähm Agario gibt es offiziell nicht mehr oh wie ich habe jetzt extrem viele Pläne es ist so wenn ich nochmal Videos auf diesem Kanal bringe der jetzt anders heißt und zwar Agar Army dann ist das Agario wenn es so ist ich weiß aber nicht ob ich das zeitlich schaffe aber ich habe einen Pekka in der CB vom Gegner was nochmal ich habe einen Pekka in der CB vom Gegner okay warte ich erkläre das nochmal ganz schnell achso vom Gegner ja ja Mann Leute ja ja ok erzähl ok pass auf ich habe jetzt ein Projekt geplant mit Logo den sollten die meisten von euch kennen der macht Minecraft und wir haben ein Projekt geplant Clash of Clans in Minecraft das heißt wir bekriegen uns mit Clash of Clans Figuren in Minecraft und das kommt dann auf meinem normalen Kanal das heißt es gibt Minecraft wieder auf meinem richtigen Kanal und nicht mehr auf dem kleinen Nebenkanal das wird mega cool und wir nehmen das denke ich mal die nächsten Tage auf das gibt es dann in den nächsten Wochen wann genau weiß ich noch nicht auf jeden Fall ist es ein mega gutes Spielprinzip und ich oh es ist mir zu krass äh und und nebenbei ist das eine richtig gute Möglichkeit gute Thumbnails zu kreieren weil man dann mal wieder neue Figuren hat na ich sage mal so die Minecraft Figuren die Clash of Clans Figuren sehen jetzt nicht unbedingt gut aus ähm aber es geht darum schau mal es ist ein es ist ein Battle ich gegen Logo und wir spielen gegeneinander jeder kann sich das gibt da gibt es so eine Mod für Minecraft jeder kann sich eine 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 Base bauen da gibt es die Items dann in Minecraft das heißt Rathaus Bogenschützenturm X-Bogen da baut sich jeder eine Base und dann kann man seine Truppen setzen es ich glaube wir haben 5 Minuten Zeit dann fällt eine Mauer runter und dann müssen wir uns bekriegen dann müssen wir uns bekriegen so lange bis das Rathaus des Gegners zerstört ist und das heißt wir kämpfen so gesehen gegeneinander und müssen die Base des anderen zerstören und das wird schon mega cool aber warte mal das Rathaus baut man sich selber ja genau du baust deine eigene Base und ähm und dann bekriegt ihr euch das ist ja ja das diese Wand die dann runterfällt das ist aber äh hat eigentlich nicht viel das ist das heißt äh wie heißt denn das das gibt's auch dann geht's los ganz einfach nein das heißt auch auf das gibt's auch auf Pixel wie heißt dieser scheiß Server jetzt ähm ich hab da eindeutig zu lange kein Minecraft mehr gespielt so seit drei Jahren äh es gibt auf jedem Server irgendwie ein Prinzip MyPixel MyPixel ja das ist halt sowas wie wie Tower Defense heißt irgendwas mit Achso es wurde gerade gesagt nicht absammeln von Alwu 8G stimmt ja ich hab auch ich hab auch ja ja es ist halt wow ich bin immer wieder der Einzige aber ich hab gerade den ersten halbwegs guten Loot bekommen ja ich nicht ich mein ja ich nicht ich hab bis jetzt ich hab bis jetzt 100.000 Gold gemacht was extrem kacke ist aber trotzdem es ist schon mal etwas ich hab bis jetzt so 2000 Gold gemacht minus vom Suchen ist halt wirklich so wie du einfach weinst weil du keine Freunde hast ich hab einfach mal Schweine ausgebildet weil die fallen im Verhältnis nein die fallen im Verhältnis gesehen nicht so doll auf was was fällt nicht auf von Ressourcen her fällt es nicht auf die sind zwar stark Schweinereizer super ich hab gar keine Schweinereizer oh Hashtag oh für Lichtle gut dann mach ich jetzt Drachen Level 5 Attack es fällt auch nicht auf na aber dann hast du richtig Elixier weg dann hast du richtig ja ach was war doch auch ein Joke da fragt gerade jemand hab ich etwas verpasst wir machen gerade eine Loot Challenge Ratos 5 gegen Ratos 9 gegen Ratos 11 wer innerhalb von 30 Minuten mehr Ressourcen bekommt der Loot ist gerade extrem kacke der ist richtig schlecht der ist richtig schlecht wir struggeln alle drei aber das heißt gerade aber ja der ist immer in letzter Zeit kacke auf Ratos 11 ja das stimmt kacke mein Loot ist kacke der Chat geht ab Guzor genau ja oh genau richtig ja wow Client und Server nicht synchron ja das passiert mir auch dauernd ja das passiert mir nicht du bist doch ein richtiger Geller ja das passiert auch nur cool Leuten Guzor oh yeah oh yeah easy Gedröbe so warte den kann ich nicht hier wie viele wie viele Gems hast du fürs Update verwendet oh ja oh lass mich mal zusammenrechnen ich gerade zu viele ja du hast keine verwendet richtig Townhall Townhall 10 ich hab glaube ich insgesamt von 44.000 bin ich auf 8.000 runter das heißt über 30.000 das ist schon eine krasse Menge das ist schon viel das ist schon echt viel das hat der Licht jetzt davon eigentlich nur eine Townhall 11 mit der man nicht mehr farmen kann ja das ist echt ärgerlich dass man nicht mehr farmen kann aber ich kann dir Sachen zeigen das ist cool das stimmt schon ja deswegen warum greife ich den jetzt an warum greife ich den jetzt an oh mein Gott alter warte mal oh yes ich hab den ersten guten Gegner halbwegs jetzt kam jetzt kam die Frage von von jemandem warum nicht auf Twitch gestreamt wird ist eine ganz einfache Sache ähm ja wir beziehungsweise Lichtle in dem Fall denke ich auch einfach äh wir möchten nicht jedes Mal in Anführungsstrichen äh drum betteln und sagen oh bitte 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 äh spendet doch mal was spendet doch mal was es geht halt einfach wirklich darum dass man oh ich halte meine Schnauze ich sehe gerade einen richtig geilen Gegner ne ist halt ist halt einfach wirklich so eine Sache es geht darum dass man halt nicht sich durch die Spenden von Abonnenten meiner Meinung nach äh ja hoch machen möchte sondern einfach von von Camcord halt auch irgendwie ein bisschen unterstützt wird und das ist bei Twitch halt nicht der Fall ganz einfache Sache genau und man muss auch sagen Camcord ist halt Mobile Gaming ja und Twitch ist CSGO League of Legends und die ganzen Pro Spiele ja und ganz kurz ich habe gerade richtig reingeschissen das war der erste gute Gegner und ich habe einfach mal von 170.000 Ressourcen die AFK da gestanden sind 30.000 Elixier bekommen wow und man hat als und man hat als Neuenfänger bei Camcord bessere Chancen größere Chancen auf jeden Fall auf jeden Fall wirklich mal viel 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 bessere so komm Queen get this gold get this gold my friend get the town hall ja 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 get the doch das town hall ja ja this is how we do it nein warum sagst du eigentlich immer das town hall ist es nicht eigentlich die town hall ja die town hall aber es heißt ja auch nein das rathaus stimmt schon das rathaus ja das town hall eigentlich ist es ja ja ich weiß es ist komisch irgendwie Hashtag egal ist mir egal jetzt hatte ich den ersten Gegner Mann ey oh mein Gott ich glaube der neue Held schafft es nicht das rathaus zu zerstellen ja der neue Held ist überhaupt richtig der Gerd Hashtag Mama macht Ärger im Hintergrund oh wie peinlich jetzt hat sich diese Jax gemutet ja das macht er immer ja genau jeden Stream mindestens 10 Mal wenn er denn überhaupt noch da ist ja und plötzlich manchmal genau ist er einfach einfach weg genau einfach weg für 10 Minuten und jeder fragt sich was ist jetzt los oh jetzt jetzt Mama eskaliert richtig geil Alter wie sie ab das ist natürlich echt so eine Sache die muss ich mir nicht geben also nee andersrum nee was heißt die muss ich mir nicht geben die muss ich mir eigentlich auch ja genau die Mutter hat gerade mit meinem Hund geschimpft ja und nicht mit mir aber man muss ja auch nicht alles hier im Stream mitbekommen das stimmt vielleicht wisst du ja ey Hund das ist irgendwie komisch stellt euch bitte 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 macht das mal einfach stellt euch das mal vor ja genau stellt euch das mal vor ey auf meiner Seite könnt ihr das posten einfach Facebook slash könnt ihr könnt ihr das könnt ihr bitte mal ein Bild mit Diziak seinem Kopf und als Hund einfach mal rein posten das würde ich gerne mal sagen ey warte mal seid mal ganz kurz ruhig die Leute schreiben gerade dass die Musik lauter werden sollte nein ich glaube es passt jetzt so von der Lautstärke oder ist jetzt zu laut ich weiß es nicht Pimmelberger meine Tochter hat eine Zeit lang weißt du einfach aus dem Nichts Pimmelberger hat eine Zeit lang auch COC gezockt Pimmelberger meine Tochter die hat auch eine Zeit lang COC gezockt jetzt aber nicht mehr so ne ist ja falls jemand das nicht weiß Pimmelberger ist ein ein Typ der in den Kommentaren schreibt und ist nicht unbedingt die die Beschimpfung oh nice ich habe Elixier ja klar mein Tochter geht automatisch in Kürze aus ja das wollte jeder wissen ok sehr schön ein bisschen Ressourcen habe ich noch insgesamt es läuft richtig kacke es wird immer schlechter es kann nicht mehr schlechter werden eigentlich sag mal Kuse wie viele Ressourcen hast du bis jetzt ich habe 400 an Gold bekommen also in 30 Minuten überleg mal weißt du noch wie wir in 10 was 400.000 ja klar 1000 ähm aber weißt du noch wie wir in 10 Minuten gesagt haben oh wir haben ja anderthalb Millionen gefarmt ist ja gar nicht so schlecht ja ja ich habe insgesamt vielleicht 200.000 Ressourcen gemacht wie viel Zeit haben wir noch äh kleinen Moment äh 4 Minuten 55 wow warte wie viel 4 Minuten 55 also das ist die schlechteste Loot Challenge ever vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was Riesenbombe exploded meine Queen oh mein Gott hol das Elixier komm hol doch das Elixier oh ja ja bitte ja oh mein Gott der neue Held hat ungefähr null Leben das müsst ihr euch nachher mal der hat null Leben man kann seinen Helfbalken nicht mehr sehen gell und er greift gerade noch so ein richtig fettvolles Elixierlager natürlich und er sitzt dabei in seinem Lowrider Alter das ist eine Vorstellung ja richtig ganz genau diese Vorstellung man sieht einfach nicht mehr seine Helfbahn man sieht nicht mehr seine Lebensanzeige ja da fragt jemand Guse wie alt ist deine Tochter meine Tochter ist 7 Jahre alt oh das habe ich jetzt nicht gehört das habe ich jetzt nicht gehört Alter das ist falsch geklungen das ist falsch Alter Alter das ist falsch geklungen creepy shit ist happening right now ach man eigentlich wollte ich dich zu meiner Familie mitnehmen ich glaube ich habe Elixier Minus gemacht Alter nein Elixier hast du ungefähr gemacht Kusor ähm oh das geht eigentlich äh ja so 2 Millionen 400k bis jetzt wie viel 400k aber von den 400k waren es 280 im letzten Angriff dann hast du total gewonnen also ich kann jetzt mal so circa zusammenrechnen wartet mal nein 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 braucht er noch nicht wir haben ihn nur noch 3 Minuten also von daher chillt eure Anus insgesamt ca. 400k das ist gar nicht so verkehrt du äh wie viel äh Zeit noch äh 3 Minuten 3, 2 Minuten irgendwie sowas komm Digga jetzt ich muss nochmal richtig rein splashern Alter jetzt go Lichle jetzt reicht's das konnte man nur falsch verstehen Alter ja Guso hat ja auch noch ne Katze ich hab ne ich hab ey stopp 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 ich habe einen Terror Kater er ist einfach mal 7 Kilo schwer und wenn man ihm auf den Sack geht dann legt er sich auf einen rauf und man ist platt also ich ich war ich war warte stopp stopp ich war gestern bei zwei Lesben die also meine Kunden waren lesbisch du solltest bevor du sowas erzählst erst mal äh erzählen was du arbeitest weil jetzt kommt es irgendwie so rüber als würdest du irgendwie im Puff arbeiten ne also ich aber ey stopp 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 glaub mal glaub mal er hat gerade gesagt er war gestern bei zwei Lesben ja aber ich ich bin öfter ich bin öfter in Puffs als man denkt glaubt mal nicht weil jetzt erzähl erst mal was du arbeitest ja stimmt genau also ich richte Telefonanschlüsse ich richte Telefonanschlüsse ein und auch die Puffs kriegen natürlich Telefonanschlüsse Hashtag Webcam Hashtag viel Spaß im Internet und so ähm ja und da ist der Gusua natürlich immer ganz vorne dabei und die Gusua natürlich aktiv am Start nein und oh hier oh 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 klein Moment und schließt sich auch gern mal selber an alter was ist das was ist das ist das der Hashtag Mega Loot aber du wolltest gerade was erzählen ja genau ich hab grad das ist das Hashtag Mega Loot ähm auf jeden Fall äh kriege ich hier echt Loot an den Start äh genau genau und die hatten einen Hund der wog anderthalb Kilo und ich sagte dann so von wegen ja ich habe genau ich habe Angst ne so ein Chihuahua und ähm ich hab Angst dass ich den kaputt trete und dann sagten die halt auch ich hab Angst dass ich dein Hund stell dir das mal vor Gusua kommt so rein willst einen Telefonanschluss einrichten tut mir leid dein Hund ist kaputt und er hört einfach nur noch so und er so du der bewegt sich nicht mehr und dann ja also weiter dann hab ich halt einfach rausgehauen ähm mein Kater würde deinen Hund töten so und dann sagten die so wieso dann so sind sie der Elektriker alter mein Kater würde deinen Hund töten so und dann und dann sagten sie die so naja welche welche Schuhgröße hast du denn ich sag naja 47 aber die sind ein bisschen klein und sie so äh okay dann könntest du meinen Hund wirklich töten ich sag ja natürlich ich spreche doch nicht hier von irgendwas so jetzt gucken wir mal achso äh ja der Timer ist vorbei wir müssen aufhören oh okay warte dann mach ich doch schnell ja ja 7 6 5 4 ich hab auch noch einen Angriff raus ja letzter Angriff letzter Angriff so der muss jetzt angegriffen werden der muss jetzt angegriffen werden es ist nur noch spannend ob Moritz oder ob ich mehr Ressourcen bekommen hab warum ja verstehe ich auch naja weil Guzwa sowieso gewonnen hat achso echt und ja genau jetzt kommt nämlich Moritz mit jetzt kommt Moritz und hat irgendwie 10 Millionen gemacht genau ja ich hab ja 12 Millionen gemacht also ich war ja der Easy-Getter-Boy jetzt warte ich setz all meine Letzten die Leute schreiben auch schon im Chat was labert der Guzwa da ja what is he talking about so ich snagge mir jetzt hier grad noch ein Elixierlager bei der Basis wenn ich das vielleicht noch okay ich bin fertig ich rechne mir erst ganz schnell ich rechne auch obwohl ich muss es gar nicht genau rechnen es ist unnötig so noch ein bisschen Elixier bisschen ganz minimal Gold hab ich noch geholt und damit ist der Angriff dann wohl auch also äh Dunkles hab ich auf jeden Fall Minus gemacht Leute machen wir es so wir nehmen unsere da vorherigen Ressourcenzahlen addieren die einfach und äh äh ziehen dann die neuen Ressourcenzahlen ab ja kannst du gerne machen ich ich ja gut machen wir es so ist gleich so warte zwei du kannst doch gleich das neue minus das alte rechnen ja bist du ein Spacken alter hast du Mathe nicht so das macht gar keinen Unterschied bloß dass das alte schon in meinem Taschenrechner eingegeben ist also ist es ja wohl ein ach so du Idiot das musst du doch sagen so oh das sieht ja ganz kacke aus okay ich bin fertig ich hab's circa also nicht ganz genau aber halt so aufgerundet so ich schau jetzt mal drei ich meine es ist gar nicht so schlecht aber es ist schlecht aber warte mal ich rechne es jetzt einfach überhaupt zusammen vier drei und das dunkle minus zwei Hashtag Mathematiker ach null null oh wow jetzt bekomme ich den Loot mann wisst ihr wow mein Loot ist einfach mal so long ich struggle die ganze Zeit mit irgendwelchen Zehntausender Gegner und jetzt hab ich einen schönen hunderttausend Ressourcengegner toll ja aber das ist leider dein Pechlichtle halt zum Haul also ich bin bei 1,179 Millionen was alter also ich bin bei 343.000 Ressourcen ich bin bei 763.000 aber ganz ehrlich mit 300 noch was tausend bei Townhall 5 ist das jetzt so schlecht nicht doch